Hm, das ist mehr als normal. Meine Brille! Ich kann ohne sie nichts sehen. Da ist sie ja. Sorry. Ich hab die gerade sauber gemacht. Ja. Oh, schöner Herzkontest. Ab sofort gibt's die Ad. Gefällt mir nicht. Kannst du mir helfen? Wo ist mein Foto? Du solltest mich kennen, Schule. So, ist okay. Aber ich kann das noch besser. Au! Was ist das denn? Krallen? Ich bin jetzt ein Junge geworden. Das war cool. Ich bin voll stark. Und voller Müffeln. Das wird helfen. Viel besser. Wie decke ich denn jetzt den blauen Fleck ab? Foundation? klebrig. Klebrig. Ah. Ich hoffe, die deckt alles ab. Hm. Ist okay. Solche wollte ich schon immer mal probieren. Mh. Sollte ja ganz einfach gehen. Fast geschafft. Hey, du! Was hast du eingerichtet? Was sollen die hier? Und was ist damit? Und was ist hier los? Also, ich meine, wie könnte das passieren? Ich bin jetzt ganz haarig. Siehst du, voll eklig. Und wie ziehe ich das hier an? Das ist nicht so. Ich helfe dir ja schon. Ach, egal. Das ist voll unbequem. Oh, oh. Upsi. Falsche Richtung. Eww. Oh. Hallo. Eww. Eww. Wie pinkelt man denn mit dem Ding? Okay, ich mach's einfach. Wie pinkeln Jungs denn? Ich muss erstmal sauber machen. Widerlich. Dann mach ich's halt ganz einfach so. Hey. Fertig. Wie machen Mädels das mit solchen Nägeln? Du bist immer eine Hilfe. Aha. Mhm. Ich reib's einfach ab. Äh. Äh. Widerlich. Äh. Äh. Voll komisch. Die sind überall. Was ist das? Das muss unbedingt ab. Jetzt bin ich schön sauber. Das ist so langweilig. Hallo, das ist für Mädchen. Ich weiß, Schätzchen. Ja. Ah, haha. Wow. Hey, nicht so breitbeinig. Das wäre super für den Contest. Nimm's mit. Ah, haha. Ah, 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 ah. Ah. If you don't have a night long. And your race for skin to. Old friend, girl, this is just a dream. Ah. Doesn't help your self-esteem. Oh, schau dich nur an. Keine Cola vor dem Contest. So schlimm ist das für meine Zähne auch nicht. Guck mal, dein Schwarm. Hallo. Hey Süßer, na dann machen wir dich mal fertig. Meine Utensilien. Wir machen dich mega stylisch. Aha. Wow. Und fertig, Hübscher. Ich bekomme fünf Kröten. Danke. Nächster. Mal sehen, was ich tun kann. Ziemlich trocken. Fertig. 500 Dollar bitte. Für das hier? Ja, junge Dame. Du schaffst das. Nein, tu ich nicht. Na komm. Du schaffst das. Aha. 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 Ich zeig dir, wie man das macht. Lexi, ich hab, was du willst. Danke, Mom. Hallo zusammen. Willkommen beim Schönheitscontest. Ich werde euch zeigen. Ich werde euch zeigen. Wow. Gut gelaufen. Nächste. Das kann ich besser. Ob sie das schafft. Vorsicht, Kumpel. Danke, Schönheit. Und die Gewinnerin ist... Lexi. Die stärkste Lied in der Welt. Hm. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, du hast gewonnen. Du bist so cool. Ich hab ein Problem. Lächeln, Leute. Fantastisch. Ich bin wieder ich. Super. Oh mein Gott. Ich hoffe, Chris hat einen Albtraum. Sie ist ein Albtraum. Bin ich Chris? Bin ich in Lillys Körper? Oh. Naja, wenigstens muss ich mich heute nicht rasieren. Hm. Wow. Great. Aufhaben. Hä? Hä? Oh mein Gott. Mein Sohn ist erwachsen geworden. Verdammt, was soll ich nur tun? Was soll ich nur anziehen? Ich hasse dich, Lillie. Ich hasse dich auch. Ah, Lassi. Okay. Hallo. Wie kommt das denn da raus? Ab an die Tafel, Lillie. Das ist so einfach. Komm schon. Ruhe da drüben, Chris. Hey, Lillie. Was machst du da mit den Sachen von Chris? Gar nix. Guck mal, mein neues Outfit. Ja, schön für dich. Oh. Das war doch fein. Kann ich jemand sehen? Oh, was hat eine wunderschöne Farbe. Mega komisch. Wow. Wow. Kannst du mir helfen? Dankeschön. Hey, Chris. Fan. Fan. Oh, kakka. Äh, 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 äh. 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 Und wie war's? Ich hab's geschafft. Oh, oh mein Gott. Das ist die leckerste Schokolade, die ich je gegessen hab. Kann ich noch was haben? Hm? Oh mein Gott, das ist die leckerste Schokolade, die ich je gegessen hab. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh. Äh, äh. Du hast einen wichtigen Test morgen. Du musst dich vorbereiten. Wir müssen dauert nur 5 Minuten. Lass uns spielen. Du hast genug Zeit. Okay, nur 5 Minuten. Hä, äh. Dieser Test ist wichtig für jeden von euch. Chris, wo bist du? Äh, äh. Ich bin zu spät. Es tut mir leid. Gestern hatten wir das größte Spiel. Ich hab dir gesagt, dass du lernen weißt. Psst, Lilly, hilf mir. Oh, danke. Wow, meine erste gute Note.